Hallo und herzlich willkommen bei Metalworks.tv. Wir sind heute in Thüringen bei Erik Löffel von der Firma Alu Löffel. Gibt es irgendein Projekt, auf das du besonders stolz bist? Ja, es gibt mehrere würde ich sagen. Für unsere Stadt hier in Zellamelis mache ich viel. Da habe ich das Logo zum Beispiel aus Edelstahl gebaut mit den Blechen und so. Habe ich auch mit einer Firma zusammen gemacht, weil wir da ein bisschen lasern mussten. Und ja, für die mache ich eigentlich relativ viele. Das sind halt so coole Sachen, weil man sagt, okay, das sind halt bekannte Freunde, Familie. Jetzt habe ich aus Aluminium Weihnachtsbäume gebaut für letztes Jahr, jetzt Dezember logischerweise. Und das sind dann halt so Sachen. Oder halt Sachen, wenn dann Kunden im Internet, Facebook oder irgendwo schreiben und meinen Namen erwähnen in einem bestimmten Bereich, was halt Aluminium, das ist dann halt schon, auf sowas bin ich dann schon stolz. So auf meine Reparaturschweißung eigentlich. Eins haben wir noch vergessen. Wenn ihr nochmal ein Video mit Erik sehen wollt und ihr den jetzt interessant und nett fandet, dann lasst dem Video doch einen Daumen hoch da, dann wissen wir Bescheid und fragen noch an, ob du nochmal mit uns was drehst. Ja, gerne. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Oder deinen Kanal. Auch gut. Das weiß ich nicht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht. Ja. Bis zum nächsten Mal.